so wir sind sorry für die verspätung leute sorry sorry aber ich hatte noch gamescom sachen zu erklären und das war mir recht wichtig dass ich das hinbekomme und da habe ich vorhin noch ein bisschen getaucht und jetzt geht's los willkommen im stream hi education hi susan wie geht's euch beiden wie war euer tag bisher bad girl auch guten tag so wir spielen heute ist ein spiel ist heute rausgekommen steht von 1997 drin aber das ist weil das spiel da spielt um diese zeit so ich hoffe von lautstack ist in ordnung hei hei nummer 12 und einer schokolade sehr richtig viele leute halt schon die noch so wir schauen erst mal hier die resolutions ich würde sagen machen schon vollbild ist ja auch voll wird schon graphics option noch mal alles hoch ich weiß wir können auf low stellen aber ich glaube ist eva pixel wenn wir das noch auf low stellen sehen wir gar nichts mehr hört man gerade schon was ist ein bisschen leise ich mache ein bisschen lauter den ton und mal auf 9 würde ich sagen so erster like sehr schön mir geht es mir jetzt ganz gut eigentlich geht es nicht so gut was los schulden und frau dass man richtig ausgeschlagen ich habe richtig ausgeschlagen was super so ich jetzt haben wir starten aber mal mal schauen was uns erwartet press left mouse button ich soll den linken maustasten drücke ist der chat bei euch oder warte mal kurz ich glaube ich tue den chat mal kurz wieder nach links weil irgendwie stört er mich da unten ist ich hatte den chat ja wegen der amnesia stream da unten und ich glaube dass der aber auf der seite besser ist so mal kurz schauen wo halt meine hand auf hier machen wir das so passt dann machen wir wieder so und so sieht er was sie sieht was sehr schön ich höre noch nichts ist ein stuhl ich hab mal was niemand hört noch nichts wenn tasche lampe die über nicht an und ausmachen können auch mit linker maustaste ist hier was der geburt auf herrenseher ist nur drinnen die kerze wir wissen dass sie wieso bunzenbrenner oder so weiter nur da leuchtet irgendwas ist aus dem kühlschrank hallo ist jemand mr bär kommt jetzt wer ist mr bär und warum kommst du jetzt und was verloren das war schon mal creepy ein bisschen hat sich hart an schön ihn erst noch das spiel was er verloren missing also die story geht darum dass eben fünf kinder seit 19 97 vermisst sind also man vermisst sie und man weiß nicht wie verschwunden sind die tür geht hier auf hier ist ein klassenzimmer kann hier irgendwie auf irgendwas was rausfinden oder so hier ist ein fernseher hallo oh gott ist das schamsker spiel hier nice occasion obwohl gaffee videos auch nicht schlecht sind ist es für ein spiel hier ich laufe irgendwo rum und werde gechamskiert was ist das okay ich wollte den fernseher anschauen der ist noch nicht mehr da irgendwie was soll ich denn hier rausfinden bitte ich sehe ja kaum was stehe was auf der karte kann ich das lesen na hm ich glaube ich glaube so glanzer wieder raus weil hier ist ja nichts spannendes man kann ja auch nichts aufnehmen oder irgendwas ich will gescaert hier bitte ne diesmal nicht die tür geht nicht auf ziemlich ein bisschen an outlast hier mit dem ganzen gängen hier oh äh was ist das für eine eklige puppe hier wieso hat man sonst auf dem pult schicke ticket diese körper der body ähm ist draußen jemand ich glaube ich zum fernseher gebe ich gescaert kann das sein kann das sein wenn wir mal checken weil ich tatsächlich ruder hör auf mich zu scannen ha find the key for the green door mhm ok sie hört sich nach einem plan an es ist sehr dunkel das spiel aber das soll ja so sein seht überhaupt was im notfall mache ich ein bisschen heller sie klusig aus ja geht schon wenn ihr nicht seht dann mache ich es heller sagt aber bescheid ob ihr was seht ok das hört sich echt heftig an julien bei dir und bei deiner freundin und ich hoffe dass es nix schlimmes ist so haben wir irgendwo ein key rumliegen also ein schlüssel ein schlüssel für eine grüne tür wahrscheinlich auch ein grüner schlüssel ist das ein schlüssel nein die frage ist ob der hier überhaupt hier drin ist oder ob der woanders ist und wo sollen der überhaupt sein hier so so es sind überall coole bauglötze aber kein schlüssel ich sehe was ich die helligkeit heller mache wenn es zu hell heller blies okay wartet mal ich kann es in options nicht wahrscheinlich nicht machen oder nein nein okay dann muss ich einen filter drüber packen sonst sonst also ich muss das für euch herausstellen ich sehe ein bisschen was dann mache ich mal hier kurz game filter da es geht jetzt besser warte ich mal kurz aus doch wir müssen jetzt besser sehen ich glaube ihr seht es besser oder upsala back jetzt müsst ihr es besser sehen oder ich sehe auch nicht mehr als als so ich glaube das ist ziemlich ähnlich so hier so hier im raum gibt es quasi nichts dieser typ der jetzt über das gerne ist anscheinend Mr. Bear Mr. Bear Mr. Herr Bear warum machen wir mal so der heißt okay also hier ist nichts tun wir gehen mal wieder raus da ist schon wieder ein fernseher da hinten bei allen fernsehern wären wir gescaret also jetzt nicht erschrecken bitte hier ist die grüne Tür brauchen wir einen Schlüssel ich habe auch keine Ahnung was für ein Spiel also was für eine Art von Spiel das ist ich dachte mir gekommen das Spiel ist heute rausgekommen ich spiele es auch mal muss ich für eine rote Tür auch einen Key finden ja geil das muss ich mir immer scannen lassen also jetzt nicht erschrecken bitte Leute obwohl hier ist gar kein Fernseher da sah so aus das ist kein Schlüssel das ist ja was ist denn das ich sehe aus so einer Hakenhand oder so ich frage es halt wo der so ein Schlüssel versteckt hat der Typ ich finde irgendwie Schublade oder so man kann aber auch man kann sprinten ne man kann auch quasi nichts machen außer laufen man kann jetzt nicht springen und sonst eigentlich gar nichts machen so ist besser was tun soll das ist nicht gut sprich immer mit deinen Eltern darüber schon in vielleicht kann die was tun das ist echt dunkel das Spiel okay also wenn ich hier nichts im Raum ist muss ich noch einen Raum weiter da hinten war glaube ich noch einer ich glaube einen Raum gibt es noch der blaue Raum Gott es ist hier dunkel sicher selber nichts die Tür geht auf braucht nicht sehr weit ah ich muss dagegen laufen damit sie aufgeht ich gehe gleich mal rein würde ich sagen ach hier ist sie hier ist es von gerade der ist mit den ähm das Zimmer mit den Kindern an der Wand ich brauche jetzt einen grünen und einen roten Schlüssel ich frage wo sind die hier ist noch eine Tür ah ne das ist die offene Tür okay hm das sind aber so körperte also so Puppen die jetzt so zerfetzt sind die wie nicht so lecker sonst gibt es hier nicht viel nein was sind das hier für ein Gitter was soll das hier darstellen also ich bin hier eher schlecht hier im Suchen also ich bin hier eher schlecht hier im Suchen was soll ich vom Spiel Story kann ich gleich vorlesen äh kann ich euch gleich vorlesen und zwar ist die Story folgende so die Story ist folgende in diesem Spiel sucht der Spieler für äh nach Informationen in dem Fall dass fünf Kinder auf mysteriöse Weise in dem Jahr 1997 verschwunden sind ähm man ist in einer Grundschule wo alle fünf verschwunden sind und da findet der, also der Spieler ähm ja genau und der findet der Spieler einen Keller und den nennen manche den Keller von Mr. Beer also von dem Herrn Bär der von dem wir schon ein paar Mal gescaret wurden gerade also es ist eine Story und wir wollen halt eben hier oh ich brauche jetzt Bluedorky will sie verraschen wir müssen hier quasi Schlüssel finden das erstmal aber ich habe echt noch keine Ahnung wo die sind und oh da hinten ist wieder was helles wartet mal bin ich denn hier jetzt eigentlich das hier ist der Raum mit den Kindern hier ist der Ausgang hallo hallo ok hier scheint sich weiter zu gehen ist hier in dem Raum irgendwas kann man hier irgendwas mit den Bildern machen das sind die fünf die verschwunden sind unter der Fußmatte bestes Versteck ne ich weiß noch gar nicht wo man irgendwas machen kann irgendwas aufnehmen kann oder so ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung was jetzt irgendeine Taste ist was ich tun kann außer der linke Maustaste so Tür zu öffnen einfach dagegen laufen hier ist Licht das heißt doch schon mal was wenn hier nichts ist wo soll denn sonst was sein schon ein bisschen strange irgendwie ist es hier sind überall solche komischen Türklinken die hier rumliegen ich mein was soll denn das oh ich habe einen Rundschlüssel gefunden geil ich frage es wie nimmt man den auf ich verarsche wie nehme ich den jetzt auf das heißt gedrückt eh ok jetzt wird der sound schon mal schrecklich hi defender of glory auf twitch willkommen beim stream wo weiß die rote Tür nochmal jungen ist so fucking dunkel hier war die blaue Tür auch jetzt um ein roter key angezeigt und hier ist die rote Tür gut dass ich nicht aufschwören muss sondern die automatisch aufgeht einfach wenn ich einen Schlüssel im Inventar habe so habe ich jetzt hier noch wahrscheinlich jetzt irgendwie den blauen key oder den grünen key der hier irgendwo rumliegt wahrscheinlich hoffentlich kommt kein Fernseher mehr nachher hoffentlich nicht das wäre schon blöd wenn auch welche kommen würden also es ist sehr gemütlich schaut es ja auch nicht aus und wieso es hieß ja dass hier die Grundschule aber wieso sind jetzt so viele Betten also ich bin mir ja nicht so ganz sicher wo ich hier gelandet bin ich habe meine Grundschule nie gepennt ehrlich gesagt so also natürlich schon aber halt nicht im Betten sondern halt im Unterricht oder so Boden liegt da was denn das hier ne das ist kein Schlüssel glaube ich man kann auch gar nicht so aufmachen das ist ein bisschen schade dass man halt so auf mit gar nichts interagieren kann aber ich glaube wir müssen halt hier jetzt schon irgendwas machen weil wieso sind wir jetzt hier rein ich hatte keinen Sinn dass wir hier drin sind und nichts machen können wenigstens haben wir eine unendliche Taschenlampe was ist schon was das ganze schon ein bisschen erleichtert vielleicht im nächsten Bett unten oder oben ist hier was drinnen nein man kann auch nicht springen oder so dahinter kommt man zum Beispiel gar nicht da liegt was am Boden ein blauer Key aha der Sau wird immer gruselig wenn man es aufnimmt aber nur so kurz dann wird er wieder weg kennst du spielst du mit es kann ich tatsächlich aber hab's auch nie gespielt selber ein Waisenhaus ja das könnte hinkommen ich will was ich tun soll hm kann ich dir leider auch nichts sagen Entschuldigen aber ich kenne das wenn man sich um jemanden sorgt das ist ein schreckliches Gefühl so ich will zum blauen Key das ist die blauen Tür äh was ist die Tür die grüne oder ja dann wird wahrscheinlich im blauen Raum der grüne Schlüssel sein also hier ist der erste blaue Raum und der zweite blaue Raum war ja hinter dieser Tür hier hier ist es kein blauer Raum oder doch die Tür nicht auf ich war schon ich hatte den blauen Schlüssel das ist die falsche blaue Tür oder was ähm okay gibt es noch eine andere blaue Tür von der ich nicht weiß hier ist noch eine blaue Tür ähm ups Collected Color Pyramide in the correct order ähm okay die äh bunte Pyramide achso hier äh ich hab hoffentlich keine Zeit damit muss ich hier drin bleiben was 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 zum aufpicken press eben pick up bisschen was ich aufpicke also die steuerung vom spiel ist ein weird ich geh mal raus und schau was ist das da so abgeht soll ich hier raus gehen da geht es nicht weiter da ist noch was ähm gehst du auf Tür nein gehst du nicht gehst du auf Tür ja die Tür zu Tür ist hier auch irgendwas drinnen nein wie solche Reihen gemeldet ist oder oben ist was also ein bisschen stört ist dass man eben keine Mitte hat in dem Spiel das heißt man weiß nicht wo man hin drücken muss ok ok das weiß ich nicht hell die keine ahnung ich glaube ich muss eben die richtige Reihenfolge nehmen kann ich irgendwas aufmachen ne jetzt ehrlich nicht ähm ok dann waren wir hier drüben noch was drinnen hier haben wir das genommen ja ok wenn man alles aufsammelt geht es automatisch drauf wir haben jetzt lila da ist ja da brauchen wir einen blauen wo haben wir denn den blauen hier ist blaues das ist nicht pyramid also ich kann kein dring sowas blau ist auch kein dring ich wüsste draußen so schwarz das ist gruselig ich schau mal nochmal da oben da war noch was hm hier ne das ist ein grüner ring ist hier noch irgendwas oh hier ist noch eine Tür die wir gar nicht gesehen äh ist aus wie ein Schinkentoaster aber ist glaube ich nur ein ein äh orangen ring was haben wir hier denn drinnen ach so ich konnte das auf man kann so ganz komisch aufnehmen dann kann man das Licht hier ausmachen i don't know ah die steuerung ist weird sie ist wirklich weird könnt ihr auch aufnehmen irgendwie hier ja habe ich auch aufgenommen da war nichts drinnen weil die Tür ist offen die ist ganz leicht offen aber ich komme da nicht rein komisch komisch ist nicht gut so wie komme ich das hier habe ich es genommen glaube wie geht es wieder raus hier wer steht da hier geht es da oben und hier geht es da unten wieso bin ich jetzt auf einmal hier im Keller da okay ich gehe aus dem Keller raus vielleicht wäre eine Idee tachin halt rappel ich glaube jetzt hätte ich nicht dass es da irgendwie Blut gibt in dem Game es ist halt eher so Jumpscare als jetzt denke ich wir kommen aus dem Keller rauf und haben aber noch einen blauen Key hier hinten ist wieder Licht das ist nicht so gut aber eine Frage was ich mir vorstellen könnte ist das unten im Keller noch den grünen Schlüssel gibt ist eh alles so grüne Sachen vielleicht liegt hier der grüne Schlüssel noch irgendwo rum ne 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 das ist halt schon komische Sachen die hier sich sammelt die hier irgendwo versteckt nein was ist das denn das Spielzeugpistole oder was das ist das ist jetzt wirklich kein Schlüssel der grüne Schlüssel ist nicht da irgendwo drinnen nein hätte ich mir denken können das hier das ist das ist ob wir hinter hinten rumlaufen oder auch nicht es bringt aber eh nichts okay ich muss natürlich alles hier durchchecken überall kodieren anscheinend schlüssel liegen so ehrlich gesagt nicht was sie sonst machen werden sollten ich finde das spiel bisher okay sagen wir es so die scares waren schon deutlich unerwartet vor allem der letzte jetzt aber die story schon ein bisschen weird und ich weiß noch nicht genauso wo ich immer spawnen und das ist alles ein bisschen seltsam wahrscheinlich davon jetzt geskehrt weil das hell ist und auch nicht hier dachte der rote schlüssel die frage ist ob ich den grünen übersehen habe oder ob die entwickler gedacht haben ja der steckt auf jeden fall dass er schlüssel ist wir legen da woanders hin und was das ganze jetzt damit zu tun hat dass wir jetzt die die schüler suchen weil sie es auch nicht die tür gehe ich auch wo ich im blauen schlüssel habe das ist auch sehr bitter auf jeden fall lichtschalter an machen so hier ist der andere raum mit licht wieder so ein pyramiden teil sonst gibt es hier aber tatsächlich kein schlüssel ok der dekratie werke schlüssel aber jetzt alles mögliche grün aber nicht der schlüssel es ist die krühe tür hier wohl jetzt waren wir schon aber es wäre möglich jetzt da ist über zahlen stecke irgendwo fest gehe ich mir wieder raus bitte danke natürlich fies wenn es hier irgendwo versteckt werde nach dem schock erst land hat alles klar land hat dann geht das stream ich weiß noch nicht wie lange das spiel geht ich weiß noch nicht wie da ob ich wie ich klarkomme mit dem spiel aber ich möchte jetzt den schlüssel gerne finden da muss ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie lange das stream geht ich soll vielleicht auch ein bisschen noch mal nach in der luft schauen vielleicht liegt das ja irgendwo auf einem regal oder so und es kann ja auch weiter oben sein nicht nur am boden da drauf nee es wäre fies wenn er da drauf wäre aber dieses fehlen diese fehlen der audio man hat es nicht mal geräusche vom lauf und das fichert schon ein bisschen hässlich also das hätten sie schon machen können dann wenigstens hört wie man läuft man hört nicht mal geräusche wenn man das licht an macht war war das licht von diesem klanz wird die ganze zeit anders weiß ich auch nicht heißt es jetzt dass ich da noch was finden muss es wäre ja nicht unmöglich quasi ich dachte hat der schlüssel aber ist er nicht drin und nicht auf der heizung ich habe echt keinen schimmer wo jetzt den schlüssel dann soll sie lauter unordnung nur sind da wird sich jetzt abgeschlossen hier kann er nicht sein sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gefunden denke ich mal atmosphäre ist es halt auch nicht so krass ehrlich gesagt weil man ja keine geräusche hat mal das ist ein bildschirm aufnahmen ist immer unterschiedlich glaube ich die erste passiv eingezahlt und mein motto für bisschen böse auf die auf der lampe auf der lampe das wäre so eine idee aber ich glaube man nicht das wäre ein anderes teil oder mit schritt zurück auf die lampe hochschauen das ist nichts die idee war nicht so schlecht da kommen wir nicht durch ich habe ich kein schimmer damals noch mal zurück ist das ein schlüssel diesen buch liegt ein kissen rum warum schimmelt das und was ich gehe noch mal kurz ins andere klassenzimmer zurück obwohl es ist nicht zurück ich bin so verwirrt hier von der map das ganze war hier rechts jetzt auf der lampe hier ist auch nichts gut dann die werden auch also dadurch das klassenzimmer die tür verschlossen ich kommt auch immer nicht rein ich habe auch kein inventar oder irgendwas da geht es doch hier rein wird hier im gang noch irgendein schlüssel dahinter und die blaue tür ausgehebelt hat hier vielleicht irgendwo knopf der schimmert ok gut dann ist ja nichts los und wir gehen mal weiter in den nächsten raum nirgendwo auch nicht dass irgendwo in der luft hängt das kann ich mir nicht vorstellen hinter dem bild oder so mal kann nicht interagieren den sachen das ist das hier eine socke ok eine socke hängt er warum nicht heike rage ich will ihn jetzt darfst du schon noch geil pepsi die penfeld morgen früh wieder ja schau mal da gibt es hier runter aber hier in dem raum war ich vor nicht obwohl hier gibt es zwei türen hier zu einem türen das muss hier sein was für bilder hier ich frage mich halt warum man hier lang gehen kann vielleicht kann man ja nur von hier oben sehen das wäre sehr geil er liegt hier auch irgendwo in der stufe ich habe hier keine ahnung wo ich jetzt hier suchen soll noch hier sehe ich halt hier auch kaum was schon ein bisschen seltsam hier diese schlüsselsuche das hat der nachteil dann bei solchen spielen die halt frisch raus sind dass dann quasi auch keine internethilfe zur verfügung steht aber ich bin mir sicher dass es hier im raum sein muss weil der raum ist ja neu die andere kenne ich alle schon aber ich denke gerade für den fernseher da würde ich gar keiner ich kann dahinter gehen da geht es anscheinend weiter oder neben der treppe da hinten also weiter gehen würde die taste drücken dass ich hier durch kommen wird mal nur wenn ich hier rüber gehen so irgendeine taste macht nichts weil das produkt passiert nichts aber wieso kann man nicht mal crouch also nicht mal sich bücken wieso ist es hier nicht drin ist ja so ein ganzer steck hier drinnen oder hier man kann hintergehen ich vollidiot aber wenigstens habe ich mitbekommen dass man dahinter dass dahinter es weitergeht hinter der treppe das wäre ich gescaert bestimmt fernseher leute ihr wisst was es heißt let's go jumpscare noch nicht ja der fernse bleibt da stehen natürlich auch oder doch die doch noch einer das ist fucking dunkel jetzt wäre offiziell im bösen keller ich muss euch nicht hier was finden jetzt blut und sieht hier noch fiesen machen schaffen aus wie viel fernseher hat man denn junge kann ich entscheiden aber rtl 1 oder 2 oder 25 schaut macht aber alle gleichzeitig mit schweizieren find the key in the infirmary was heißt infirmary was heißt denn das weiss halt kann niemand so gut englisch mir das sagen und im fermi ist Das ist der nächste Scare hier oder was das könnte es nehmen als riesig alter und dunkel und fernsehre schnee sind kühlschrank der um boden liegt kühlschrank hat das zukünftige geräusche oder wer war das auch mensch im kühlschrank hat aber noch verwenden können taschen ich finde das sache rumliegen aber die nicht vernehmen kann so gehen wir noch einen raum weiter bevor lesen erst mein chat habe ich gesehen und für mich als krankenstation google fliegt krankenstation okay ja das wird hier sein wahrscheinlich war hier ja dieses teil hier ist dann wird es hier sein aber es blut drinnen sorry an die person wo ich gerade hier kommen blut vor scheiße skr in coming jetzt im roten blut so ein großer schlüssel wäre das lustig das liegt in einem boden ich möchte euch gar nicht wissen der stadt um ein alter aufzunehmen ich habe gedrückt und habe es aufgenommen ich habe nichts gesehen aber okay wir gehen weiter der stuhl war vorher nicht da oder ich habe nicht gesehen der stuhl war da nicht da ich werde auf können fernsehmann war da wo bin ich jetzt bin ich jetzt hier habe ich jetzt item noch ja gut also sind die scarce jetzt nichts schlimmes einmal und ist das licht auch aus als gerst muss aber schlecht durchleben denke ich mal wo war ich noch nicht war ich hier schon jung ist es hier dunkel es kommt mir wie neu vor hier das ist ein bild bin ich jetzt hier bei slender dass ich acht seiten sammeln muss was scheint die key for the metal door die junge diese schlüssel suche sind 2019 kann man nicht mal was anderes machen als die ganze schlüssel suchen bestimmt jetzt hier irgendwo unten oder so wieso kann man hier hinterlaufen fernsehraum ich liebe ihn noch mal fernsehraum wir haben jetzt haben wir jetzt ein key gefunden wir haben einen blauen kiefer können wir jetzt da weiter infer me die krankenstation ja wo ist denn die krankenstation ist die krankenstation steht da steht ein schild davor hey hier ist krankenstation bruder da steht kein schild das ist blöd hier komme ich aus dem ganzen raus die frage ist halt ist die krankenstation hier unten oder oben hier kommt ich gerne die krankenstation das ist dann ob ich nicht die krankenstation ich muss ja durch ein krasser wie war der film hat mich noch einmal gestoßen spielst du nicht es wird hier schon die krankstation sein denke ich mal welche ganzen betten stehen und so weiter und so fort wir brauchen einen blauen schlüssel finden da kann ich hintergehen da drinnen geht es gar nicht auf junge ich weiß nicht was das spiel von mir möchte daran blaue schlüssel hier ist eine blaue wand für das irgendwo schlüssel der hängt wir haben einen blauen schlüssel brauchen noch einen schlüssel und seltsam habe ich schon irgendein achievement und ich glaube wir brauchen nichts machen also müssen erstmal alle fotos finden und haben jetzt glaube ich bald schon durch das spiel weil die achievements dann auch nicht mehr weiter gehen hier ist die krankstation würde ich auch sagen oder hier sieht so nach krankstation aus was ist hier mit den mit diesen liegen und so weiter mit diesen fließen am boden naja hinter der tür vielleicht was ist das hier was sollen das hier darstellen was geht es im spiel schau mal den link in der beschreibung an crusher also wir müssen was ist das hier am boden wir müssen gerade den key finden aber es geht darum dass irgendwie 5 5 leute beziehungsweise 5 ähm Kinder verschwunden sind in dieser schule und wir sind zwar im keller der schule oder was auch im waisenhaus wie auch immer und da müssen wir jetzt irgendwie sachen suchen weil wir dem alles auf die stiche kommen wollen und wir treffen da immer so einen typen der mr bär heißt oder so mr bier und der ist böse ok wir haben noch nicht ganz alles angeschaut das dunkelste spiel der welt gefühlt ok ich bin raus ist hier noch irgendwas hm die kann man nochmal zurückgehen unter der treppe ist aber nichts die kann man dann nochmal hochgehen aber die krankstation war ja unten nicht das gruselig ist eigentlich nicht so möglich das gesicht ist gruselig aber die scherzen ist nicht so schlimm die tür ist offen das heißt wir könnte wieder rausgehen äh mr bär geh weg ich sollte da rausgehen ok also man streckt schon weil ich habe es auch auf maximum aufgedreht aber naja mehr auch nicht dann streckt halt kurz so links in den keller rein ich weiß nicht sollen wir immer erschreckt werden wir das im spiel oder sind wir nur schlecht das weiß ich halt nicht wir sollten in den krankenzimmer aber hier ist es nicht also hier ist es zu gesperrt wo ist das krankenzimmer das ist so total unkommentiert ist es auch ein bisschen speziell das spiel das rot der rote raum könnte auch krankzimmer sein aber ich glaube mal nicht der eine key war ja da hinten liegen am boden der blaue hm ich habe jetzt keine ahnung wer dieses sein soll das krankzimmer kommen wir nicht rein ich glaube wir brauchen den krünen key erst ich glaube eine ding verordnung habe ich eine wie heißen die mehr geld verordnung wie man die heißt dass ich eben mehr geld bekomme ich habe keine ahnung wer sein soll in dem raum hier ist auch ein klassenzimmer ich weiß es nicht kein schlimmer gibt noch eine andere übersetzung für den raum wo ich gerade gesagt habe schulden irgendwie krankzimmer finde ich auch keins dieser raum ist zugesperrt warum hier geht es auch noch wieder runter ich schaue noch mal kurz wie die besetzung heißt ich glaube der sport mehr oder weniger random oder oder muss ich da jetzt nach oben gerade aber wenn es natürlich wenn er steht jetzt hier hinter der tür liegen würde das wäre cool hier sieht es auch nach krankzimmer aus hier steht ja folgendes find der kinder infirmary die hier die 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 das heißt wenn man steht wenn er steht ja du musst in dem raum schauen in den bestimmten aber dann nicht angezeigt welcher darum ist ich bin nicht so begeistert vom spiel bisher sah besser aus als ich ist ja 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 alles da ein und das nicht so passt zum sker gab es einen aber sonst nichts kann man das hier nehmen war das nicht vor oben gestanden und irgendwo anders was in dieses wird dinge hier am boden das ist das soll überhaupt nicht was ich das game was ich genommen ich habe schlüssel bekommen ich habe ihn nicht gesehen aber ich habe ihn jetzt der idee für damals nicht oder okay in den grünen raum ich habe den schlüssel nicht gesehen habt ihr den gesehen ja gut ich glaube das spiel wenn man weiß wo alles ist kann man das gut mal schnell durchspielen ich glaube nicht dass die spots so verschieden sind den jumpscare haben wir auch schon getriggert das heißt er wird wahrscheinlich nicht noch mal kommen denke ich vielleicht kommt auch noch mal wenn wir sehen weil du halt hier hochgehen kann euch sprinten oder so kommt noch mal chance da geht der grünen tür nice ich hatte die fanfiction gefallen ein horn schokolade die grüne tür war wo hier das ist das krankzimmer tür zu machen hier muss jetzt den schlüssel finden für den raum unten denke ich die frage ist was wollen jetzt auch für verstecke raushauen könnte irgendwie nach hinten da drin vielleicht hier hinten haben wir vorbeigehen ja kann man hier hinten wahrscheinlich im eck oder ich komme nicht vorbei der dem bild auch nicht sind jetzt eben den weg durchbahnen können hier reingehen und nicht weiter die verursache decke eine ausgestellte lampe nur noch eine ausgestellte lampe sonst nix ok jetzt komme ich nicht mehr raus oder was doch hier kann ich dagegen laufen aber nicht weiter laufen wir müssen in dem raum sicher was machen weshalb es ja immer so in dem game irgendwas versteckt ist in diesem bild oder so in der ecke ich weiß nicht mehr nach was ich jetzt wirklich suche warte hier war es wurde da war kein schlüssel ach es ist doch ein witz noch eine grüne tür hatte mal die türen unten ja jetzt kann ich mir das gerne bestimmt ich verstehe nicht ganz erst wer sie ist gerne verstehe nicht ganz welche türen jetzt nicht gemeint ist die hier immer noch verschlossen war im keller noch eine grüne tür ich weiß es nicht schaue mal aber ich sehe die schlüssel alle nicht vielleicht spielt es mir irgendwann mal wenn ich es heute vielleicht durchspiele spiele es vielleicht dann noch einmal und dann schaue ich ob ich das finde oder so aber ich finde es ultra unangenehm wie so zu spielen ist nicht auf so eine grusel weise sondern halt auf ja man muss sich nicht verstellen um hier auch was zu erkennen so gehen wir jetzt mal da hinten hin die tür ist doch nicht grün oder die andere grüne tür finden dann war das schwieriges krankzimmer wo sie das krankzimmer ausschaut scheiße das letzte tür dann wo bin ich jetzt hier gelandet in dem raum war ich schon und hier ist wieder so ein fernseher und der zerstört wurde worden ist da komme ich her und hier weiter vielleicht war ich noch eine tür die hier vielleicht ja die hier es gibt es geht es geht es geht es geht es geht es geht fernseher ja auch wenn es geht es was kommt heute im fernsehen auch für langweil ich schaue das scheiße ob ich hier nun ach komm wo darf ich jetzt hier nicht ernst kommt ich bin ich hier sie hat aber in taschen aber auch nichts wir können fernseh mensch ich auch nicht so aber manchmal schaue ich gerne das ist nur ein filmtrailer so dass hier reingegangen ich musste auch reingehen es gibt keine möglichkeit hallo es kann mich dort hat mir im skert so ich bin nun jetzt bin ich im krankzimmer wirklich oder ich hoffe es mal bilder genau der arm ein nun sind sie meins hier schlüssel story er muss ich loll 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 jetzt muss ich ihn spielen feierte remaining souls wie es schauen die aus warte wie sich denn aus hier hallo ist da bier und ich trinke ganz 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 gerne ein paar bier ok wie sehen denn diese verlorenen salz sind aus bruder du bist hast du keinen anzug aber kannst du keine taschenlampe leisten dein ernst ich sehe ja nichts bruder bruder was ich vielleicht sind die salz die fernseher weil ich habe schon ein paar fernseher gesehen aber wo sollen denn sonst die souls sein hey souls ist da kann ich die lampen einsammeln oder so was soll ich denn jetzt tun vor allem du lachst auch läuft doch so fucking langsam bruder gehe mal ein bisschen schneller trinke ich ja noch ein bisschen was das ist creepy das ist echt ein bisschen creepy wenn ich ehrlich bin es wahrscheinlich gibt's gar nicht einsammeln junge das ist hart weil ich finde denn diesen paar zum spiel ultra geil gemacht dass man jetzt zum zu fiesen seite switcht und jetzt die die aufgaben zu was er die die rolle von vom fiesen eben übernimmt gefällt mir ziemlich gut natürlich läuft es schon sehr langsam muss ich sagen also ja so z pack am rücken wäre schon nicht schlecht eigentlich sollte auch wie die souls ausschauen ich bin schon drin ja ne wieder winken noch drei stück ich glaube jetzt wenn ich jetzt die zwei noch gefunden habe da ist eine die drei jetzt noch dann gehe ich jetzt als ich wieder in den raum rein und besiege ihn irgendwie und dann war es noch spiel durch schon können wir vorstellen okay es ist born in er ist es nicht alle fünf auf einmal da sondern die spawnen mit der zeit erst okay dann brauchen noch zwei stück hallo der hallo wie geht sie stets ich habe nicht alle bekommen die heilte bodies of children in tvs ich wusste das mit den tvs was zu tun hat ich bin schlau das geht auf geht out of hier was ich muss hier raus kommen komm ich hier raus das war jetzt der schlüssel dafür rausgehen fernseher kein stress jetzt beginnt hier raus die aufgabe rauslaufen das machen wir jetzt hier raus ging so voraus forschen jetzt geht's hier raus okay neues hat aber ein bisschen die dinger umgeschoben die regale kamen es ist so dunkel dieses spiel wir sagen wir schlafen alles klar schlaf gut gut hier alles wird verschlossene tür was habe ich sie verschlossen wieso sind alle türen verschlossen ich habe keinen schlüssel mehr ähm 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 ich bin grad verwirrt aber hier unten wurde umgeschoben wahrscheinlich ist da jetzt der schlüssel unten denke ich da werden so andere sachen drin liegen und so weiter ja der wirst du jetzt vielleicht händler sein ist ja sogar wenn jetzt hier liegen würde das sieht doch aus wie ein schlüssel ne das sieht doch aus wie ein schlüsseln das sieht doch aus wie ein schlüsseln das sieht doch aus wie ein schlüsseln hier will ich da rein wir haben es durchgespielt wo das was für ein verrückter albtraum hier wahrscheinlich noch einmal ist gerne spaß vom spiel glaube ich diese tür nicht auf hier ist nichts es war nur ein traum wenn die es auf und selber zugegangen ist auch schon keiner die zugezogen hat oder so ich weiß nicht wie ich herauskomme echt das ist ein bisschen dunkel auf einmal hier geht es raus oder ich verarschen will ich eingesperrt da geht das fenster oder so wer mal die türen bitte so bunt an und hätte man nicht ich verstehe das spiel das ist irgendwie nicht also er hat euch geschaut was damals passiert ist und anscheinend dieser mister bär die seelen von den kindern den fernseher eingeschlossen dann dann kam dann sind wir dem auf die stich gekommen dann hat er ein paar seelen gesichert dann hat er ein paar seelen gesichert und dann sind wir aufgewacht weil wir das nur geträumt haben aber dann war es ja kein traum und da kam ich mal die freundtür rein das war aus also ich weiß ja nicht wenn man start mache da bin ich wieder mit dem game oder ja sagen wir es so die aufwahrung vom spiel ist ganz nett aber irgendwie bin ich verwirrt random generation of locations of objects und some events in game also es ist random ok es gibt bisher einen einer review ich lese ich musste erstmal auf deutsch besetzen weil die auf russisches ich übersetze also ich mach die kurz übersetzt übersetzt immer kurz und dann lese ich euch die mal vor so sprache erkennen auf deutsch sprache erkennen auf deutsch vollständiges walkthrough der seller ist ein indie horror spiel das 1997 stattfindet der spiel wird den verlust von fünf kennern untersuchen das spiel ist nicht zu lange aber es ist interessant und unheimlich zu spielen das spiel ist im visuellen stil von vrs filmen gemacht es sieht gut aus es hat mir gefallen das meiste spiel klingt fast ohne stille was was sich selbst erschreckt und wenn du ein ton gehört hast ist es doppelt beängstigend für kein speichern spiel derheit dauert es einmal ich habe mit freunde durchgemacht ich empfiehle holliebhaber ok was mich aber stört tatsächlich ist dass ich kein achievement gekriegt habe wenn ich jetzt so nicht weiß warum es nicht gezählt hat hier ausstehende achievements ich glaube dass sie noch nicht freigeschaltet wird was kann hier haben die spiel raus doch heute eigentlich es gibt zwar dafür vier euro statt fünf euro ja sagen wir die ideen waren nicht schlecht die spots waren ok wir schauen uns mal ein trailer zusammen noch an machen wir mal das spiel kaptur das sind die fünf die vermisst werden dass der keller ja gut ja 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 ich überlegen wir wissen nicht noch mal spielen und dann die sports und verweis weil es hieß dass es verschiedene stellen gibt es möchte ich gucken ob das wirklich so ist dass die sports unterschiedlich sind nur die sound effekte gibt sich im spiel die sound effekte gibt sich im spiel sie sind nicht da im trailer so soll die musik darstellen oder so nicht die schritte siehst du meinst ja ich finde tatsächlich auch nicht so krass die ideen waren echt in ordnung aber so schön spielen war es jetzt nicht so cool also nichts besonderes die story dahinter ist es nicht so weg also an sich ist schon okay wir schauen mal kurz von den entwicklern was sie noch für spiele hatten oder gemacht haben okay das ist das erste spiel von denen dafür finde ich okay dafür ist okay würde ich sagen ich verstehe bei 1 nicht wieso heute kann man globale anschauen okay ich glaube die achieve ins gehen noch nicht ich tue mal das zeller auf jeden fall mal zu durchgespielten zu haben jetzt durch war das ist ein keygame ich glaube schon ja so war das ist nicht egal ja nettes spiel eigentlich aber mehr auch nicht es gab schon oft tatsächlich gut hier seht ihr jetzt mal kurz die übersetzung von dem kommentar von dem einen sie sieht es jetzt schon oder ja also ich gesagt keine ahnung jetzt was das jetzt war das spiel ich habe jetzt schief und so an mieten mit mr b first key find right key ich will es nicht probiert es ist ein bisschen also spielt es nicht durch aber ich probiere es noch mal aus so dass ich hatte zum beispiel dass wir machen mit mr bär und als ich hatte so oder go in the seller dass ich das vielleicht mache und ich dann kein achievement bekomme dann höre ich auf weil ich möchte schauen ob das klappt der achievement so kurz ein intro das intro angeht so was der hat für den preis ja so sieht es normalerweise aus und so habe ich es mit filter gemacht damit man was erkennt gut ich würde sagen wir spielen es jetzt einfach noch einmal das vielleicht nicht komplett aber wir wissen jetzt ungefähr wie es ist jetzt kommt er hier gleich rein und werde geskehrt ach es ist eben keller ach 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 ich Versteck dich! Ich kann mich nicht verstecken! Halt! Ich habe mich versteckt! Aber ich habe keine Schiefern bekommen! Das kommt gleich nochmal! Und zwar hier beim Fernseher! Jetzt! Hi! Mr. Bear! Komm doch nochmal! Und zwar bei dem Fernseher! Ich verstehe das halt nicht so ganz! Oh! Wache irgendwas! Zum aufpicken! Hä, der Schlagrad press E2pick up! Was denn? Hier! Wo denn? Wo denn? Der war kein roter Schlüssel! Was? Also das muss das Spiel noch lernen auf jeden Fall! Also ich werde das Spiel jetzt auch beenden jetzt, weil es ist noch nicht ganz fertig! Ich glaube ich werde mit euch zusammen eine Review noch schreiben! Der nächste Schlüssel ist hier hinten! Ja! Also wer da jetzt den Schmal erzählt habe! Äh! Die Scores und die Stellen wo die Sachen sind, sind random meistens! Scheiß sind die random meistens! Sie sind immer denselben Stellen! Oh nein! Hier! Hier! Oben liegt da noch einer! Oder am anderen Pult eben! Aber hier lag glaube ich auch noch einer! Ah ne! Im blauen Raum! Muss jetzt rein! Das ist ne blaue Raum! Der war da hinten! Ich gehe noch kurz einstelle, weil ich echt, wenn ich die einen echt cool fand! Die Tür bleibt die ganze... Ah ne! Geht auf! Ah! Die wird dann später zugesperrt! Oh! Korn! Da sind Korn! Hier geht es aber nicht weiter! Da gehe ich zurück! Ah! Ich gehe hier wieder in dem Raum! Ähm! Die blaue Tür war... Wo? Hier sind die blaue Tür! Sind alle blau hier! Die ist blau! Da geht es gleich in den Keller runter! Ne! Jetzt kommt erstmal das hier! Das finde ich ziemlich cool ehrlich gesagt! Aber ich kann die eben nicht aufnehmen! Und ich werde eben die Reihenfolge stimmt! Nimm das auf! Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ich verste... Äh! Nee! Sind Rad! Ist gar keine Gummireifen! Aha! Dann... War... Draußen noch zu einer! Da wäre es gleich auch nochmal geskeert! Finde ich eigentlich... Die Tür ist ganz leicht auf... Ah! Die ist noch zu! Okay! Das ist so der... Der Haken dabei! Das wird ziemlich cool! Nimm! Okay! Kann ich nur nicht nehmen! Erstmal die hier glaube ich! Im Kühlschrank! Der Weidtost! Der Weidtost! Der Weidtost schmeckt allen gut! Was ist mit dir? Und dann den hier noch! Und lässt sich die Tür ein bisschen auf! Seht ihr jetzt ist hier offen! Das ist ja ausgefuchst! Ja! Ja! Und dann gehe ich hier rein und sage... Ey! Jetzt hole ich mir letzten! Ey! Ey! Ich komme nicht rein mit mir behindert! Muss mal reingehen! Ich komme nicht rein! Anne! Ich muss erst noch an den roten finden glaube ich! Oder noch einen finden! Und dann kommt es uns Gär oder so! Oder so! Muss ich verarschen! Muss ich das hier drauflegen? Ne! Ich habe ihren End vergessen glaube ich! Wo war noch einer? Hier drinnen? Hier drinnen? Wo ich gehe nochmal raus und dann kommt der! Häldiallo! liegt hier noch ein schlüssel vielleicht oder so ich übersehen habe oder wenn ich hier raus gehe kommt es gehe ich weiß es nicht mehr nein hier ist zugesperrt irgendwie ging es hier weiter auch hier die nächste tür ich habe bereitet zu früh gegangen ups auch jetzt gleich der scare wenn ich jetzt hier raus geht wo ist er wo ist er pick up der item welches item hier ist kein item aber jetzt kommt der scare rausgehe macht es hallo ja also die achievements klappen nicht also ich geht in den keller ihr seht es auch gleich aber es geht nicht ich gehe in den keller und ich bekomme keine achievements also muss ich dem auf die füße steigen tier 0 achievements obwohl ich jetzt hier alles schon geschafft habe muss ich dir mal bescheid sagen ich sage das anschauen von diesem spiel wir gehen es auch noch mal raus würde ich sagen und schreiben der review habe ich bock die karte kation was ablortus ist nicht besoffen alles klar bis sehr besoffen so shopseite kostenlos bekommen ja soweit ich weiß schon, ich kann nochmal nachschauen, egal, aber später äh, äh, blight, der, äh, des, game, today ich würde auf englisch schreiben, weil das Spiel, warte, wer ist ein Psycho-Boy-Check kann ich da was suchen, finde ich da irgendwas von dem äh, Lied von den Dust-Prollers, ähm, ja, gut, ich glaube, das ist nicht so, ähm, and my feelings war, das heißt gemischt, mixed, oder, and I had mixed feelings, kann man sagen, and I had mixed feelings, kann man nur so sagen, also wenn irgendjemand hier gut in englisch ist und es sieht und irgendwas falsches sieht, dann sagt Bescheid, äh, game schon mal klein, äh, mixed feelings, äh, I think, äh, wie heißt das Spiel nochmal, der Seller, äh, Seller, also ich denke, das Spiel ist, äh, ist, äh, ist das erste Spiel von dem Entwickler, Quatsch, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, aber mal plus und minus, ich glaube, das geht am einfachsten, muss man nicht so viel englisch und deutsch können, ähm, ähm, äh, also plus war auf jeden Fall das, die Story war ich ganz nice, Story plus dann, das ist ziemlich interessant, vor allem mit den Fernsehern, ich habe es ja bis schnell durchschaut, aber an sich war es okay, Story war nice, äh, Location, war ich auch ziemlich cool, was halt bloß gespielt hat, und dann, ähm, Ach, äh, Achievements, Achievements, wie schreibt man, es funktioniert und nicht, wie schreibt man es am besten, bin ich so gut in Englisch, ich bin auch nicht gut in Englisch, Achievements, Don't work, kann man das so schreiben, Don't work, kann man das so schreiben, Some collectibles Are Unvisible, heißt unsichtbar invisible, bin ich ja nicht sicher, Bis spät, ich muss noch lernen, Alles klar, kein Stress, irgendwie freundlich, dass du da bist, Bist du gut in Englisch, by the way, dann könntest du mir helfen, ob ich hier gut, die Sachen richtig schreibe, heißt, heißt, ne, invisible heißt unsichtbar, nicht invisible, warte mal, Unsichtbar, kann ich reden, äh, schreiben in Englisch, Invisible, nicht unvisible, aber ich bin gut in Englisch, ganz klar, So, So, Unvisible, Put them when there is a press E to collect on the screen, Englisch statt, Perfekt, Perfekt, Da kannst du ja dann gleich und drüber schauen, über das Spiel, Wir sind tatsächlich schon durch, mit dem Spiel, es war recht kurz, aber, war ganz nett, aber jetzt nichts besonderes, Ich würde mir, mir würde das gefallen, I'd like to see some more settings, also more options, kann man sagen, more options in the settings, also mehr Optionen in den Einstellungen, kann man das sagen? Ich habe keine Ahnung, more options in the settings, ich glaube, es ist ultra falsch, äh, ähm, settings, to make the game, kann man sagen, brighter, doch das passt so, kann man brighter sagen, also heller, to make the game brighter, oder more pride, ich sage, so, right, they're more brighter, I don't know, brighter, cause for the stream, it was too dark, heller, von lichtheller, genau, also, das ist, so dunkel ist das Spiel, ich möchte, game brighter cause, because, 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 for the stream, it was too dark, das stimmt, völlig falsch, ähm, the spots, the spots, for the, I can't say, the key spots, spots are, the same, every time you play the game, every time you play the game, the key spots and the scales are the same, time you are the same, are the same, every time you play the game, and that's also so blöd, I would write, because it was too dark for the stream, okay, das ist besser wahrscheinlich, das stimmt, das ist um einiges besser, danke schön, so, the key spots and the scales are the same, also, die spots, wo die keys liegen, also, die Punkte, und, die, äh, scares, also, die, wo ich erstreckt wurde, waren, jedes mal, als ich das Spiel, gespielt habe, ich hatte es halt zweimal, also, einmal durchgespielt, einmal so halb gespielt, und, da waren immer am gleichen Stelle, ich hoffe, das konnte schreiben, das same, da stehen dann noch so, ähm, sorry, location, die Passage, kann man da Passage schreiben, also, die Spielpassage, Passage, where you play, Mr. Beer, oder Christoph Sprache, und eine ist die Weltsprache, warum spricht nicht nur eine auf der ganzen Welt, ja, das, das kommt daher, dass es schon früher nicht so war, früher wussten ja die Leute nicht mal, dass es andere Menschen gibt, sie dachten, sie wären die einzigen auf der Welt, und dann haben sie halt so geredet, die anderen dachten es vielleicht auch, und haben auch so geredet, das hätte man halt irgendwann mal so machen müssen, genauso mit dem Euro, das hat auch die ganze Welt, hat einen Euro, oder einen Dollar, das ist ja auch nicht so, so, very high Mr. Beer, Mr. Beer is very slow, er ist echt langsam, das ist kacke, der kann man nicht so gut spielen, die Taschenlampe ist manchmal verbuggt, der Flashlight, sometimes the Flashlight, sometimes, sometimes, der Flashlight, kann man sagen, is a bit buggy, kann man das sagen, oder ist das kein gutes Englisch, das ist so deutsch-englisch, was fand ich noch gut, Story kann man schon beim Plus lassen, war es vielleicht nicht die geilste, aber war okay, ich finde tatsächlich den Preis, ein bisschen zu teuer, aber ich möchte jetzt nicht bei dem Preis meckern, weil ich das Spiel kostenlos gekriegt habe, deswegen sage ich da mal nix dazu, was ich cool finde, sie planen es, dass es gleich im Sale ist, das ist ganz nett, you can download the game, you hope you enjoy the game, ich glaube, das ist alles ganz entspannt, aber alles in allem ist okay, mach mal vielleicht so, wie kann man das so sagen, wenn es so ist, wenn es das erste Spiel ist, if, warte, falls es so ist, das kann man bestimmt nicht sagen, if it is so, when it is so, wenn es so ist, wie kann man das dann sagen, egal, ich mach mal kurz mal, dann, this game, then, this, not bad, not bad, this is not that long, es ist nicht so lange, stagnate, okay, ja so sein vielleicht ist auch man kann dass er auf deutsch schreibe dann übersetzen lasse und dann von ihm überlesen lassen aber jetzt sind wir schon so weit das bräuchte ich nicht mehr schreiben denn es gehen müssen not bad it's not that long this game is not bad it's not that long but it's very interesting for every horror fan kann man so sagen the pros and cons contains spoiler ich will kurz schauen wie man das formatiert spoiler 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 und slash spoiler ok das hier zum beispiel spoiler spoiler es schiefen stand und hat leite sie nur entschuldigen der key sports rs das würde ich auch als baller bezeichnet spoiler ist der bier des augens beurte ich könnte auch kopieren jetzt aber diese nicht so schlimm jetzt samt der flaschler ist ein bit stagnant okay das brauche ich jetzt nicht als baller machen Das wäre lustig wenn ich das vielleicht so mache so der wird lustig so passt gut große konzern stimmt so passt es jetzt so hat ich hatte ein bisschen größer machen kann doch schreiben alles in allem oder hier oben und noch schreiben wenn es so wäre wollte wissen lassen was so alles in allem wurde mir nie langweilig das denn nachdem das denn nachdem wo ich was hier falsch geschrieben nein nur das was ist denn Punktpunkt ist gut so dass jetzt nicht also ok wenn ich mal schreiben ist ein gut gelbte ich schuld wird genauer geschrieben zu interessieren und wird nicht langweilig obwohl und hat seine ganz besondere hat eine besondere atmosphäre weil man hat ja dadurch dass es eben im ganzen spiel kein sound gibt und nur durch diese schocks im sound gibt spielt man die sonst viel mehr das stimmt tatsächlich deswegen passt das sprache auf englisch weil sonst wird es ja nicht gefunden kommentare erlauben klar falls der bock hat zu antworten empfehlen sie das spiel wollen wir das spiel empfehlen leute ja gut ich habe das eh weggelassen wollen wir es empfehlen oder noch nicht sagen wir so wenn wir es jetzt nicht empfehlen dann antwortet der vielleicht aber solches empfehlen ich bin mir ein bisschen unsicher aber wenn wir so schauen es sind drei positive und 1 2 3 4 5 6 doppelt für die negative und das ist schon kacke ich würde das schreiben die negativen punkte sind zu oder was anders kann man fett machen also halt das fett markieren b ok warte was er schwerwiegend Dominant genau heilers das ist leider fast zu Ende Dominant ist es nicht gut Dominant kann man sagen so das heißt empfehlen recommend ich schreibe das I can't recommend kann man jetzt machen weil dann hat er ja alles gut ich sage ihr macht aber keinen Vorwurf wie war denn Tag Lars alles gut so I can't empfehlen äh game momentan stand äh 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 wie soll man das sagen er muss ja bei dir ja war ich sonst okay hat alles gepasst heute äh ich kopiere das mal äh 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 ähm momentan stand das heißt dann stand gerade mal kurz hier was moment schau ich das mal kurz nach pros und cons klein ne das ist ja Überschrift das darf ja groß sein obwohl warte mal wieso wir haben jetzt die alten Kommentare angezeigt wenn du weiter schreibst musst du das bottom anfang weg machen und das der groß ähm modern so und und its point ah ok wo kann man das sagen its point so ich kann ich kann das empfehlen nochmal Recom irgendwas so recommend so I can't recommend this game at its point an dieser stelle naja ich freut mich nicht das richtige begriff sondern in diesem stadium vielleicht stadion stage unsicher mit freundlich bestimmt at its point also nicht wie das da steht sondern wie weit es entwickelt wie weit es fertiggestellt ist jetzt wir schon könnte ich sagen in seiner version oder in this point das ist schwer zu sagen jetzt aber sonst sollte es so passen kann ich vielleicht jedes noch kursiv machen striker ist das durchgestrichen text table kann tabellen machen das ist nice also ich cool was ich gut was zur edition oder ja dann schon die zwischen punkt aber es gibt die und hat mixed feelings i think is a less effort is the first one common sign the first one or the first game of developer but i'm not sure this game is not bad it's not that long but but it's very interesting for every horror fan and has a special atmosphere because the concert scenario and it's a it's a version the spoilers does 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 to speak story locations go so you only can't find them when there is a person in the car the screen i'd like to see some more opinion options in the settings to make the game product because it was pressure movie my play through germans stream wenn ich dann den mein ding doch ein posten werde ich hier bin des vorbei werden ja gut wenn der stream vorbei ist dann wer das rein posten ich würde sagen das war es vom stream es war ein bisschen kürzer heute aber dass ich möchte auch nicht sinnlos in die längere strecken vor allem will ich noch ein bisschen schneiden und dann morgen passiv streamen nachmittags vielleicht werden wir mal schauen und ja bis zum nächsten mal ich hoffe euch hat das spiel gefallen und das streamen bisschen tauchen war auch ganz nice bis zum nächsten mal tschüss euer zirka flieg soll ich so geld geil sein und 50 euro schein für die kamera halten also ich nehme 10 euro schein nein ich nehme mein handy okay tschüss und danke für die hilfe euch allen